ja willkommen bei permanent consulting mein name ist dirk linn und heute geht es darum dass ich werbung machen möchte für eine stelle die in düsseldorf angesiedelt ist natürlich auch viel mit home office möglich ist zurzeit im home office hast einen eigenen schreibtisch hier hast du eine tolle ausstattung 34 zoll screen höhenverstellbarer schreibtisch aber auch das muss ja nicht sein wenn du zuhause arbeiten willst im marketing im business development im aufbau unseres zes produktes in deutschland ja was solltest du mitbringen erst mal lust dich mit sozialen medien auseinanderzusetzen lust im führungsalltag unternehmensalltag veränderungen anzubringen dass man weg von dieser klassischen führungsmethode top down geht also von oben gibt es eine ansage nach unten es wird durchgebrochen nach unten mit jahresgespräch mit klaren ansagen also eine kommunikation immer von oben nach unten geht und der mitarbeiter eigentlich verliert wir wollen das umdrehen wir möchten den mitarbeiter eine stimme geben wir wollen die führungskultur komplett umbauen weg von so großen jahresgesprächen auf die eigentlich keiner bock hat zum monatlichen check ins zum feedback das man laufend jeden tag an das team geben kann zum zu kollaboration also ein anderes klima der zusammenarbeit andere methoden und das bauen wir in deutschland auf mit dir zusammen wenn du magst in frankreich haben wir ganz viele große kunden wie ernest und young wie axa wie flughäfen von paris also ganz große die die bahn edf der energieerzeuger in frankreich die nutzen das schon in deutschland kennt man die decathlon märkte diese sportmärkte dort und die werden auch 90.000 mitarbeiter weltweit die werden auch schon durch zest geführt und diese erfolgsstory die wollen wir in deutschland natürlich auch fortschreiben der markt ist da wir brauchen neue ideen wir brauchen menschen die mit sozialen netzwerken mit videos wie hier zum beispiel mit bildern umgehen können die lust haben menschen anzuleiten und überzeugend auftreten bis hin zur einführung der systeme workshops konzepte schreiben wenn das dein ding ist dann bist du bei uns richtig wir freuen uns auf dich bewirb dich bis dahin